Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Community, hier bei mir, dem Chrisi Schneesi und Stationiers auf Vulkan. Ja, also wir hatten ja diese Experimente in dieser wunderschönen Blackbox gemacht und dabei ist mir aufgefallen, dass die Raumtemperatur geringer wird, obwohl es draußen 600 Grad heiß ist. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen nachgeforscht und ihr werdet es mit Sicherheit im letzten Video schon kommentiert haben, aber ich werde es jetzt nochmal in dem Video auflösen, woran das liegt. Ich habe nämlich ein bisschen nachgeforscht und habe herausgefunden, woran das liegt und zwar ist das eine ganz simple Sache. Dieser Raum ist ja sehr klein, sage ich mal. Das heißt, also hier ist nicht viel drin, außer wir und ein Kasten voll Luft. Und wenn wir jetzt die Tür zumachen, dann haben wir ja festgestellt, dass die Temperatur in diesem Raum geringer wird. Ja, 126,7 und die Temperatur wird geringer und das Interessante ist ja, wenn ihr euch mal die Flaschen anguckt, der Waste-Gastank und der Sauerstoff-Tank, die sind draußen in der Atmosphäre. Also das ist euch auch schon mal aufgefallen, wenn ihr euch in warmen, kalten Gebieten bewegt, also Sonne und so weiter, also quasi Gargantur oder bei euch in der Basis, dass der Druck hier unten von eurem Jetpack sich verändert. Und das bedeutet, dass die beiden Flaschen unisoliert sind und die hängen an eurem Anzug dran, draußen in der Luft. Das ist auch der Grund, warum man stirbt, wenn man ganz lange draußen in heißen Luft ist. Habe ich euch ja erzählt. Dann gibt es hier, ist das Problem, dass der Sauerstoff halt so heiß wird, beziehungsweise, dass der Anzug versucht, die Temperatur einzustellen, indem er ganz viel Sauerstoff, in den kalten Sauerstoff, in den Anzug pustet. Und der Grund, warum jetzt quasi diese Temperatur fällt, in diesem kleinen Raum ist, erstens, weil der Raum eben zu klein ist, ja, das heißt, das liegt tatsächlich daran, dass hier nicht viel Atmosphäre drin ist, also nicht viel Volumen sozusagen. Und eure Flaschen, die hier dran hängen, an eurem Anzug, also man kann es leider nicht sehen, ich würde es euch gerne mal zeigen, aber man kann es leider nicht sehen. Ich muss mal kurz das Dings wechseln, Sekunde, dann machen wir mal Ö. Und wenn wir jetzt mal so gucken, ja, man sieht es jetzt nicht, weil es ist dunkel draußen, aber man sieht ja den Anzug, man kann ja mit Shift und Mausrad kann man ja in eine 3D-Perspektive wechseln. Und an diesem Anzug hängen die Flaschen dran und diese Flaschen, die sind der Grund, warum euer Raum hier drin kalt wird. Denn die Wärme von diesem Raum wird an die Flaschen abgegeben und umgekehrt, die Kühlheit sozusagen der Flaschen wird an den Raum abgegeben. Und das kann man auch sehen, wenn man, jetzt müssen wir nur schnell sein, damit wir nicht sterben. Wenn wir jetzt mal die Flasche hier hinstellen und gucken, dann sehen wir, die hat 32 Grad, ja. Jetzt gucken wir mal die Waste Gas Flasche an, die hat 200 Grad und ihr seht, die verliert dann Wärme. Die hat jetzt 200 Grad, jetzt packe ich sie mal wieder hier rein, stelle sie wieder raus. Also ihr seht, dass diese Flasche eine hohe Temperatur und die andere eine niedrige Temperatur hat. Und das Ding ist, in diesem Raum hier ist so wenig Luft drin oder Atmosphäre drin, dass eure Flaschen tatsächlich die Raumatmosphäre beeinflussen. Und darum wird die Temperatur geringer, wenn man in so einem kleinen Kasten sitzt. Was wir eigentlich damit eigentlich rausfinden wollten, war ja, schützt uns Gargantur oder schützt uns das Ganze vor Gargantur? Und wir müssen feststellen, ja, das tut's. Das heißt, wir können also tatsächlich Fenster reinbauen, ohne dass Gargantur uns eigentlich stören würde, temperaturmäßig. Aber wir haben auch festgestellt, dass die Geräte in unseren Räumen hier die Raumluft natürlich aufheizen. Im letzten Video haben wir ja hier Sauerstoff in die Atmosphäre geblasen und ich hab das schon mal wieder alles rückgängig gemacht. Ist hier alles wieder drin. Und haben ausprobiert, was passiert, wenn wir eine Sauerstoffatmosphäre haben. Und wir haben festgestellt, die Sauerstoffatmosphäre wird aufgeheizt. Die kann aber definitiv nicht von Gargantur aufgeheizt werden, denn wir haben ja dieses Experiment da draußen gemacht. Wir waren in dieser Box und die Box wurde nicht aufgeheizt. Gut, da kann natürlich reinspielen, dass da ein kleiner Raum war, dass unsere Flaschen sozusagen gegen gehalten haben, gegen die Temperatur. Und dass eventuell deswegen es keine Auswirkungen auf die Temperatur des Raumes gab. Was wir aber wissen ist, dass dieser Raum hier einer Kühlung bedarf. Und da könnten wir theoretisch, da wir ja große Mengen Sauerstoff produzieren, könnten wir eigentlich eine zentrale Kühlanlage installieren. Und die zentrale Kühlanlage würde ich gerne hier oben auf dem Dach bauen, draußen. Und die zentrale Kühlanlage reicht eigentlich schon, wenn sie quasi hier einen Eingang hat und hier einen Ausgang. Das würde mir persönlich schon reichen, denn wir müssen das gar nicht so kompliziert machen. Aber wir können damit auch die Temperatur im Raum regeln. Und was ich machen möchte, ist, ich möchte ein Closed-Loop-System aufbauen. Und das muss ich euch auch nochmal ein bisschen erklären. Das haben schon viele Leute ausprobiert. Also da gibt es einen Typen, ich weiß gar nicht wie der heißt, Automated oder so, Automated. Und es gibt einen Typ, der heißt, glaube ich, Case Guard. Und die Jungs haben mal ausprobiert, wie funktioniert die Klimaanlage. Wir haben ja hier schon grundlegend ein paar Sachen rausgefunden, wie die funktionieren. Aber ich habe nochmal ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, es gibt noch eine Art, wie man die Klimaanlage noch besser betreiben kann, als man es eh schon macht. Also das bedeutet, es gibt eine Möglichkeit, ein sogenanntes Closed-Loop-System zu benutzen. Das heißt, dabei arbeiten eigentlich zwei, naja, vielleicht eher drei Klimaanlagen zusammen. Die haben dann auch nur 300 Watt Stromaufnahme, also keine 6 kW, so wie sie dann halt normalerweise haben. Und der Trick ist eben, dass man ein Closed-Loop-System hat, also einen geschlossenen Kreis sozusagen. Und das ist ja bei uns ja nicht der Fall. Wir machen das ja folgendermaßen, wir saugen ja aus der Atmosphäre, also wir saugen Atmosphäre an, ja, 260 Grad, dann schicken wir die durch die Klimaanlage und die Klimaanlage wird hier vorne über eine, mir ist müde, über eine Volumenpumpe wird hier quasi der Volumenstrom verringert. Das heißt, ganz kleine Mohlanzahl geht hier durch. Haben wir beim letzten Mal schon besprochen. Und dadurch schafft sie es mit den 6000 Joule, die sie pro Tick übertragen kann an Wärme, schafft sie es, die Wärme, also diese Mohl hier abzukühlen. Alles was heat ist, geht hinten wieder raus, aber geht vorne halt auch wieder mit rein. Und jetzt ist der Trick, wenn wir eine Klimaanlage benutzen, die kühlen soll, dann nimmt sie hier das Gas in den Eingang, entfernt aus diesem Gas die Wärmeenergie sozusagen und gibt diese hier am Waste-Ausgang wieder raus, die Wärme. Ja, das heißt, ist ja klar, hier ist es kühl und hier wird es dann irgendwann heiß. Das können wir jetzt nicht sehen, weil die hier direkt verbunden sind, aber wenn wir das mal ausprobieren, das machen wir noch draußen, experimentieren wir mal ein bisschen mit rum, dann sehen wir, dass hier das Ganze sehr heiß wird. Ist ja klar, weil die Energie, die hier entnommen werden muss, muss ja irgendwo hin. Und eine Klimaanlage funktioniert ja immer so, auch in der Realität, dass man quasi im drin etwas hat, was die Wärme aufnimmt und dann geht es nach draußen, was die Wärme dann draußen wieder abgibt. Ja, ist logischerweise Klimagerät, kennt man ja. Und am Ende kommt hier hinten dann das kühle Gas raus. Und was man jetzt macht, ist, dass man dieses kühle Gas jetzt nochmal nimmt und nochmal in eine zweite Klimaanlage schickt. Und jetzt kommt es, diese Klimaanlage stellt man auf Heizen. Das bedeutet, dass die Klimaanlage, die heizen möchte, möchte ja das Gas, was hier reinkommt, aufheizen und benötigt ja irgendwoher die Energie dafür. Und die nimmt es aus dieser Pipe. Das heißt, im Prinzip wird die Klimaanlage nur umgedreht. Also man nimmt dann zum Beispiel zwei Klimaanlagen, die kühlen und eine Klimaanlage, die heizt. Und die, die heizt, schafft es dann, dieses kühle Gas noch weiter abzukühlen, als es jetzt schon ist. Und das Schöne ist, man kann das kaskadieren. Das heißt, man kann mehrere Klimaanlagen zusammenschalten, die dann eine noch höhere Energieübertragungsleistung haben zum Thema Wärme. Es ist ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber im Prinzip ist es eigentlich ganz einfach. Die Klimaanlage, die kühlt, macht es hier kalt und hier warm. Und die Klimaanlage, die wärmt, macht es hier warm und hier kalt. Und deswegen kann man die kalte Seite, die wir ja benötigen, noch kälter machen, als die schon ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wir könnten ja noch eine von diesem System, wie wir sie hier stehen haben, benutzen. Warum müssen wir dann jetzt ein Closed-Loop-System nehmen? Nun, in diesem Fall ist das so, dass wir Außenatmosphäre ansaugen, und die dann eigentlich wasten und die Kälte sozusagen nutzen. In dem Fall wasten wir sie nicht, sondern wir lagern sie, aber eigentlich würde man das ja so machen, dass man dann die Gase nimmt, um dann hier über einen Wärmetauscher halt die Sachen abzukühlen und dann würde man das rauswasten. Und das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen, dass wir ein geschlossenes System haben. Das heißt, wir haben ein System, in das wir CO2 einpumpen. Und dieses CO2 ist unser Wärmeträger. Wie das auch bei richtigen Klimaanlagen funktioniert. Man hat im Prinzip ein Gerät, was im Raum ist und dort die Kühle oder die Wärme erzeugt, weil Klimaanlagen können nämlich auch heizen. Und wir haben ein Außengerät, also in dem Fall ist das zwar hier auch drin, aber das würde jetzt draußen stehen. Und dieses Außengerät macht genau das Gegenteil von dem, was das Innengerät macht, wenn man das mal so übertragen sagen könnte. Das bedeutet, wenn die Klimaanlage im Haus, euer Haus wärmen soll, dann muss die Wärme ja irgendwo herkommen. Diese Energie. Und die holt sie sich von draußen. Das heißt, dieses Außengerät, was jetzt quasi auf dem Dach draußen stehen würde, das wird kalt, das wird richtig kalt und entnimmt der Luft die Wärme und führt sie über Rohrleitung zu diesem Gerät und in diesem Gerät wird diese entzogene Wärme wieder abgegeben. Und wenn wir kühlen wollen, dann nimmt dieses innen liegende Klimagerät die Wärme auf, transportiert sie über ein Rohrsystem zum Außengerät und das Außengerät gibt die Wärme wieder an die Umgebung ab. Und wird damit wieder kühl und hat damit wieder Puffer, um wieder Wärme von dem Gerät aufzunehmen. Das ist eigentlich die Grundlage eines Klimagerätes. Und so ähnlich funktioniert das auch in Stationiers. Aber, was wir nicht wollen, wir wollen kein Gas wasten. Das heißt, wir wollen einfach eine Blackbox haben, wo wir auf der einen Seite eine heiße Seite haben und auf der anderen Seite eine kalte Seite haben. Das ist das, was wir eigentlich machen wollen. Ohne, dass wir Gase hinzufügen müssen, dass wir Gase wasten müssen oder irgendwas, sondern wir nutzen eigentlich nur diese Leitung hier. Das heißt, wir führen nachher die kalte Seite hier über dieses Gerät. Und die Klimaanlagen werden automatisch je nach Wärme oder kalt oder sagen wir mal je nach Menge der Kühlung, die benutzt werden möchte oder soll, werden die sich entsprechend einstellen mit ihrem Arbeitspunkt. Das heißt, die werden entsprechend mehr oder weniger Gase in ihre Einlässe oder aus ihren Auslässen rauspumpen. Das ist ein bisschen kompliziert. Das hat was mit der Mechanik zu tun, wie die Klimaanlage in Station jetzt funktioniert. Das ist ein sehr komplexes Programm und ich versuche das natürlich umzusetzen. Am schönsten wäre es natürlich, das Ganze dort oben auf dem Dach aufzubauen, weil wir hier schon unseren Wärmetauscher haben. Wenn wir das jetzt hier irgendwo anders aufbauen und das funktioniert, dann müssten wir das wieder alles abbauen und das hier oben wieder hinbauen. Also bin ich der Meinung, dass wir vielleicht hier unsere Basis mal erweitern und das Ganze hier vielleicht mal oben testweise aufbauen mit Atmospherex. Das geht natürlich nur am Tage, ist ja klar, weil wir können ja nicht raus, wenn es heiß ist. Aber was wir brauchen, sind erstmal Atmospherex. Wir brauchen IC10-Chips. Ich glaube, zwei Stück brauchen wir. Und also naja, eigentlich brauchen wir nur einen, aber es ist besser, wenn man zwei hat. Und dann versuche ich, das Ganze mal nachzubauen. Das ist, wie gesagt, ein bisschen komplizierter, als man sich das vorstellen könnte. Ich muss da auch ein bisschen spicken, um das hinzukriegen, wie das aufgebaut wird. Ich weiß, wie es funktioniert, aber für mich ist das auch nicht so einfach umzusetzen. Aber ich würde das gerne mal mit euch zusammen machen. Einfach mal, um auszuprobieren, was die Klimaanlage am Ende wirklich imstande ist zu leisten. Also was kriegen wir wirklich hin an Temperaturdrop sozusagen. Und um das zu machen, brauchen wir erstmal Atmospherex. Und ich würde sagen, wir bauen drei Stück. Also drei Stück sind eigentlich so, ach so, wartet mal, wir können ja mal hier kurz anhalten. Wir haben ja hier ein neues Tool. Da habe ich ja auch festgestellt, in den letzten Let's Plays, man kann ja auch ganz einfach die C-Taste drücken und dann geht es in 10er Schritten. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Und jetzt haben wir drei Atmospherex, die jetzt gebaut werden sollen. Wir haben natürlich keinen Sound, weil wir immer noch keine Atmosphäre haben. Wie gesagt, ich habe die Sauerstoffatmosphäre wieder entnommen, weil die natürlich viel zu heiß war. Zu heiß geworden ist. Und was ich damit eben machen möchte, ist möglicherweise unsere Kühlung hier oben zurückbauen. Ja, weil die ist ja nicht wirklich effektiv. Also wir haben damit Sachen gekühlt, aber eher so gerade so. Ja, sage ich mal. Oh, uns fehlt Kupfer. Alles klar. Wir haben gesagt, wir packen nichts mehr von anderen Geräten um. Das heißt, wir brauchen Kupfer. Kupfer hatten wir, glaube ich, das letzte Mal schon keinen mehr und mussten das irgendwie schon irgendwo anders her holen. Ja, wir haben keinen Kupfer mehr. Ja, 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 ja. Dann müssen wir noch ein bisschen Kupferform gehen. Ich überlege gerade, wie wir es machen. Ob ich jetzt schnell losgehe, Kupfer suchen, aber ich muss erst mal meinen Gürtel finden. Wo ist denn mein Gürtel hin? Habe ich den in irgendeinen Schrank gepackt? Ah, den habe ich oben wahrscheinlich in den Schrank gepackt. Jetzt hatte ich kurz Herzschmerz hier, weil ich dachte, der ist verloren gegangen, aber ich hatte mich daran erinnert, dass ich den hier irgendwo hingelegt hatte. Okay, wir haben hier keinen Kupfer mehr drin. Hydration is critical, aber das interessiert mich gerade nicht, weil wir kommen ja dran vorbei. Dann können wir hier schnell was trinken. Und der füllt hier kein Wasser nach. Oder doch, er füllt nachher. Wir hören es nicht, weil wir keine Atmosphäre haben. Okay, dann nehmen wir jetzt erst mal hier den Scheiß hier weg. Ich würde sagen, ich renne mal los. Ich besorge mal ein bisschen Material. und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Habe ich meine Treckerkarte eigentlich? Nein, habe ich nicht. Muss ich die noch suchen? Die Treckerkarte sollte vielleicht in der Nähe vom Eingang liegen. Kommunikation. Verdammte Axt, wo habe ich denn die Treckerkarte? Hier. Da ist er. Netzwerk Analyzer. Packen wir mal da hin. Jo, alles klar. Der ist noch da. So, Batterie ist noch voll. Batterie ist noch voll. Alles klar. Naja, ich will nur fragen, nicht, dass wir wieder hier losrennen und dann haben wir wieder Probleme. Gut. Okay, ich gehe jetzt mal schnell farmen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ein bisschen Kopf erholt habe. Bis gleich. So, nicht erschrecken, liebe Community. Ich bin jetzt hier schon wieder bei der zweiten Runde. Ich hatte hier irgendwo noch Silikon gesehen. Genau, hier ist es nämlich. Das wollte ich noch mitnehmen. Ich will nicht erschrecken, dass es jetzt so laut ist und dass wir jetzt doch noch ein bisschen farmen im Video. Aber ich hatte das hier noch gesehen. Ich dachte so, dann mache ich noch schnell eine Runde und wir pesen noch mal schnell raus. Gold geht auch immer. Ach, ja. Das ist immer so ein Action-Elanes Ding hier mit dem Farmen. Man will eigentlich nur irgendwas Spezielles machen und dann sieht man tausend Sachen, die man hier noch machen kann und macht sie dann auch noch. Und so, hier wollte ich hin. Hier noch ein bisschen Silizium ziehen. Ja, man will eigentlich nur mal schnell noch farmen und ich habe das jetzt offline gemacht und dann wollte ich das Video wieder starten und habe dann festgestellt, oh, Schiedendreck, hier ist noch so viel Schnatter, den wir noch farmen können. Lass uns das mal noch machen hier schnell. Ja, also wie gesagt, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen hier Silizium ziehen, weil davon haben wir nicht mehr viel und werden wir später brauchen, die ganzen Rohre und alles. Deswegen habe ich gedacht, wir machen noch mal hier ein bisschen Silizium-Runde zusammen. Gold und Silizium. Also, ja, wie gesagt, Gold brauchen wir für die Heavy-Cable. Ich will ja dann sowieso zwangsläufig alles auf Heavy umstellen, außer da, wo wir es halt gar nicht brauchen. Ja, ist ja klar. Ja, aber ich wollte eigentlich Silizium haben hier. Ist aber alles Gold hier, ne? Na, hier ist noch Silizium. Sehr schön. Erste Runde habe ich schon abgeladen. Hier ist noch Silizium. Erste Runde habe ich schon abgeladen. Die war sehr erfolgreich. Ich habe auch wieder eine große, eine große Kobalt-Auder gefunden. Die würde ich dann auf jeden Fall gerne noch verarbeiten dann später. So, Kupfer hatten wir, glaube ich. Ah ja, weiß ich nicht. Kupfer kann man ja nie noch haben. Weil Kupfer hatte ich eigentlich auch eine ziemlich große A3 gefunden. Aber wir können auch gerne noch mal hier ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, Kupfer brauchen wir auch immer. Ja, also ein bisschen Farmen müssen wir dann doch zusammen. Ja, man kann das nicht alles immer nur so offline machen. Das ist, ja, irgendwie auch blöd. Klar, die geilsten Explosionen passieren natürlich immer offline. Ja, logischerweise. Obwohl, die eine oder andere Explosion, ne, obwohl, die in der Schleuse habt ihr nicht gesehen, ne. Da habe ich euch noch von erzählt, glaube ich. Ich habe auch mal geguckt, ob irgendwie Shadowplay was aufgenommen hat. Aber Shadowplay hat nichts aufgenommen. Also kann ich euch da nichts zeigen. Ähm, okay. Da lang. Okay, wir fliegen mal rein. Äh, das war jetzt erst mal das, was ich gesehen hatte. Hier ist noch Silber. Gut zu wissen. Ja, und wie gesagt, ich dachte, dass wir eventuell die Kühlung hier oben drauf bauen. Und weil hier haben wir nämlich unsere Leitung, ne. Dann brauchen wir bloß hier rüber gehen mit den, mit den Strippen. Also das war der Plan, ja. Ähm, okay. So, dann gehen wir mal rein. Schmelzen wir mal Kupfer. Wir wollten ja Kupfer schmelzen. Vielleicht können wir gleich noch ein bisschen Gold mitschmelzen. Äh, das wäre auch eine Idee. Also wie gesagt, ich, äh, eine Runde habe ich schon gemacht. Und die zweite Runde machen wir jetzt zusammen. Oder haben wir jetzt zusammen gemacht. Aber wie gesagt, viele wollte ich das sowieso nicht mehr machen. So. Also, Kupfer. Machen wir hier die 126. 126. Also da seht ihr schon, ne. Eine schöne, ähm, Kobaltader gefunden. Ein bisschen Nickel habe ich noch gesehen. Und hier ein bisschen Kupfer noch. Und irgendwie ein Eisen hatte ich noch, glaube ich, ein Stack Eisen hatte ich noch fertig vollgekriegt. Ja, genau. Also, alles super. So. Ähm, dann schmelzen wir jetzt mal Kupfer. Ähm. Ähm, ach, das ist immer das gleiche. Der zweite fällt immer raus. So. Und ich habe, ihr habt schon gesehen, ich habe hier schon den Schrank vollgemacht hier. Den, den anderen haben wir ja quasi, ähm, ja, den haben wir ja abgebaut, weil ich ja hier was hinbauen wollte. Aber den können wir eigentlich da auch wieder hinbauen. Äh, weil ich ja das da jetzt nicht hinbaue, was ich da hinbauen wollte. Und dann können wir nämlich jetzt hier noch, ähm, äh, das Erz hier noch lagern. Und dann können wir mal schnell hier unseren Gürtel wechseln. Achso, ja, und wir können mal, äh, äh, noch schnell den, äh, die Karte wieder auswechseln. Den Trecker nehmen wir mal raus. Ich denke mal, den Trecker könnten wir theoretisch auch hier hin tun, weil wenn es losgeht, wenn wir merken, wir haben kein Erz, dann kommen wir sowieso hier zum Schrank und dann, äh, könnten wir eigentlich auch das dann benutzen. Und einbauen. So, Kupfer, 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 Kupfer. Jetzt müssen wir aber nochmal ganz schnell gucken, was hier los ist. Ah, ja. Okay. 38. Äh, äh, wir müssen jetzt wirklich mal überlegen, was wir da machen. Ja, das ist, äh, auf Dauer nicht so gut. So eine haben wir schon, ne? Genau, wir brauchen ja drei insgesamt. Dann brauchen wir noch einen Haufen Rohrer. Ich glaube, ein paar haben wir noch, ja. So, gucken wir mal, was haben wir denn an Rohren? Äh, 20. Naja, das ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Eine Volumenpumpe haben wir noch. Das ist zu wenig. Da brauchen wir noch ein paar mehr. Hm, haben wir nicht noch irgendwo eine Atmospherics hier? Geht durch. Hier haben wir noch eine. Guck mal. Wow, den können wir hier abbrechen. Ne, warte, jetzt haben wir da abgebrochen. Ne, warte mal eins, zwei. Ne, eine müssen wir noch. Ah, hier ist die dritte. Guck mal. Da haben wir drei. Das ist doch gut. Hat der aufhört? Ja, hat aufhört. So. Das heißt, wir haben drei Atmospherics. Äh, wir brauchen noch eine Volumenpumpe. Da brauchen wir mal noch, äh, ja, weiß ich nicht. Warte mal, wir brauchen, ich glaube, drei Volumenpumpen insgesamt. Gucken wir mal. Eins. Machen wir mal vier, weil ich nicht genau weiß, äh, wie viel wir wirklich brauchen. Ich glaube, wir brauchen nur drei. Äh, so, dann brauchen wir Radiators. Die müssen nämlich nachher die Hitze dann abgeben an die Umgebung. Und das Geile ist, die heiße Seite wird so heiß, äh, dass, äh, dass, dass wir wirklich, äh, auch bei 600 Grad Außentemperatur noch Hitze abgeben können. Das wird nämlich lustig. So, Radiators brauchen wir. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Rohre. Äh, da könnten wir mal jetzt hier, äh, mal ein 20er Stack machen. Äh, ja, ja. 17, 18, 19, 20. Es leckt ein bisschen. Wundert mich ein bisschen, aber ist egal. Insulated Pipes. Und das ist ja der Vorteil, wenn wir das haben, dieses System hier vom iDirt, dass wir erstens sehen, wie weit ist er schon. Und zweitens brauchen wir uns jetzt keine Gedanken machen, um Rohre, die rumfliegen, weil er uns die ja alle so zusammentut. Ähm, wir brauchen noch Pipe Analyzer. Achso, wir brauchen noch Chippies. Genau, ich hoffe, dass wir jetzt hier noch genug Items haben, um Housings herzustellen. Ah, wir brauchen wieder Kupfer. Alles klar, ja, wir haben gesagt, wir holen es nicht aus den Geräten raus. Also, farmen wir gleich noch mal ein bisschen Kupfer hier. Filter, low. Der zweite Filter ist jetzt auch schon low, oder was? Nö, so alles gut. Ach, scheiße, jetzt mache ich hier wieder Gas. Ich muss unbedingt den Waste-Gas-Tank hier. Das müssen wir, aha. Ja, also 50 Kpa, 50 Megapaskalle sind noch in Ordnung. Dann quietscht er zwar, aber wir hören es ja nicht, weil wir haben ja keine Atmosphäre. Nein, wir werden die vierte Volumenpumpe benutzen, um das Ganze hier noch zu machen, aber das machen wir nicht jetzt. Das machen wir später. Wir machen das, wenn der Ofen explodiert ist, okay? Dann machen wir das. Oh, scheiße, der Tank ist weg. Oh, nee, wir müssen alles neu bauen. Die ganze Basis ist explodiert. Oh, hätte ich mal, hätte ich mal. Ja, genau, so wird es kommen. Genau, so wird es kommen. Ich kenne mich. Und ihr kennt mich auch. Nicht wahr? Genau. Mache ich nachher. Das ist so meine Standardgeschichte. Elektrum. Elektrum, okay. Wo habe ich Elektrum? Ich weiß, dass wir Elektrum hatten. Ah, hier, guck mal. Und zwar ist jetzt der Grohre. Warum ist das Elektrum hier drin? Das verstehe ich nicht. Habe ich das da wirklich reingetan? Das müsste ja jetzt mit ziemlich am Anfang rauskommen. Oh, willst du mich jetzt verarschen hier? Was kommt denn hier noch alles raus? Oh. Schön ist, wie das auch immer wegrollt, ja? Du kannst es dir nicht vorstellen. Am schlimmsten ist ja eigentlich, wenn du jetzt noch Fußboden hast, weil dann läuft der Scheiß hier unten runter, unter die Maschinen und dann ist er verschwunden. Das ist auch nicht so schön. So, IC-10-Chip. Hammer. So, wir brauchen aber, glaube ich, zwei. Verdammte Axt. Wir brauchen zwei. Nicht 50, sondern zwei. Aber das jedes Mal einzustellen. Oh, nee. Nee, 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 nee. Da ist auch keine Lust drauf. Wir brauchen eigentlich zwei. Für die heiße Seite und für die kalte Seite einen, glaube ich. Na, ich weiß es noch nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es einfach nicht mehr. Das müssen wir denn mal rausspeichern erstmal. Da muss ich mir erstmal Kopf machen, wie wir das Ganze aufbauen. Und das würde ich euch dann nochmal aufzeichnen, beziehungsweise zeigen. Und wir haben kein Gold mehr. Okay, wir gehen wieder los. Wir holen wieder Gold. Alles klar. Dann haben wir wahrscheinlich in einem, haben wir jetzt 150 Gold. Und in dem anderen müssen wir immer Gold nachholen, weil wir keins haben. Was wir nämlich jetzt machen, ist, wir generieren hier gerade Waste-Gase. Und das ist schlecht. 40. Ich glaube, in der nächsten Folge bauen wir erstmal das Waste-System. Und dann geht es weiter hier mit dem Dings. Dann kann ich das eventuell schon mal aufbauen und kann euch das dann zeigen. Weil wenn ich das jetzt live aufbaue, brauche ich fünf Stunden. Also fünf Folgen. Weil ich dann wieder nicht weiß, wo welcher Draht hin muss, welches rollen muss. Ich weiß grob, wie es funktioniert, wie gesagt. Und dementsprechend werde ich das schon mal ein bisschen vorbauen. Das ist aber nicht schlimm. Also ihr werdet nichts verpassen. Ich werde euch alles genau zeigen. Das ist für mich auch nur ein bisschen ruhiger dann so. Weil ich dann eben nicht so viel Stress habe. Und ich will ja zocken, weil ich Spaß habe und nicht, weil ich Stress habe. Wisst ihr ja. So, okay. Dann machen wir noch ein Housing. Noch ein zweites. Ich glaube, das geht auch mit einem. Aber ich würde es gerne mit einem zweiten probieren. Weil wenn wir die heiße Seite von der ersten abgekoppelt haben, dann können wir eventuell... Ja, dann können wir eventuell... Können wir das eventuell noch ein bisschen ummodeln dann später. Und wir werden Elmos PID-Regler benutzen. Der ist äußerst cool. Habe ich mir schon überlegt, dass wir das damit auf jeden Fall machen. Weil das ist eine coole Sache. Es funktioniert echt gut, das Ding. So, okay. Dann haben wir das jetzt. Und wir brauchen... Nein, wir brauchen jetzt noch was. Und zwar brauchen wir hier raus noch eine Volumenpumpe. Und zwar eine. Ja, dann brauchen wir ein Passive Vent. Rohre haben wir ja noch ein paar. Ja, wir müssen das Waste-Gas-System bauen, ne? Das Waste-Gas-System. Das müssen wir jetzt wirklich bauen, sonst platzt uns hier irgendwann alles. So, das haben wir. Dann brauchen wir ein Passive Vent. Damit werden wir die Gase dann nach draußen führen. Hammer. Und wir machen mal noch Insulated Rohre. Oh, nochmal ein Stapel. 20 Stück ist okay. Lass jucken. So. Strom und das haben wir ja. Und der Schippie, der hier unten das warme Dings macht hier, das Cool-Gas hier macht hier. Der Schipp, der hier unten drunter liegt, der hier. Der wird auch das Waste-Gas hier dann mit steuern, weil da haben wir noch Pins frei. Die können wir benutzen, ja? Um das zu steuern. Okay. Gut. Das war's für diese Folge. Ich würde sagen, ich fange dann schon mal an, die Klimaanlage oben auf dem Dach aufzubauen. Einfach mal, um auszuprobieren, wie sie funktioniert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal. Dann bauen wir erstmal das Waste-System hier. Und dann machen wir den Rest. Okay. Alles klar. Denkt dran, die üblichen Dinge kommentieren fleißig. Abonnieren und natürlich Daumen nach oben machen, damit wir im YouTube-Algorithmus ein bisschen nach oben kommen. Damit mehr Leute als Zuschauer da sind, für die ich unterhalten kann und mit denen ihr euch dann unterhalten könnt. Und die Tipps geben können und so weiter und so fort. Ja? Also, Feuer frei, würde ich sagen. Ich gucke nochmal hier drin. 20 Megapaskal. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Euer Chris.